um ab das ist es schlagresistenz zu erinnern mit unbewaffnete Angriffe sie zu beschlagen Schaden durch alle Schülern um er hat die Erwärme aufs Maulkreis für er hat er nicht in der Ausbildung oder trotzdem Verteidigung ist es besser Nürnberg Verzeihung Zurufe so muss das ist ein bisschen Ortega an Eger drei Jahre enthült sich mit Stadtoos im Niemium Ein, ein, ein! Oh, da... Da will was von mir? Hallo? Ja, klar! Alles klar! Oh, was halten? Oh! Oh, dann schweiß mir einfach das Messer weg! Was vielleicht eh nicht mehr so schlecht ist wegen der Polizei und so, oder? Oh ja, die Ekarra schaut schon viel besser aus, ey! Oh yeah, Baby! So, nochmal! Tja, der Soundtrack auch wieder mal hammer! Okay! Oh, dann! Oh, dann! Oh, so, jetzt einfach draufschla... Boah, schaut sich das Auto an, ey! Ich will doch gar nicht draufschlagen! Ich will doch nicht, ich will nicht! Ich will... Ich kann nicht drucken! Scheiße! Ja, von mir aus! Aaaah! Scheiße! Oh, schon kommt schon vor... Bistee! Ich will doch nicht, ich will doch... Ich will doch das Wasser... Ich will doch der anderen Seite nochmal absetten... Ah, nein, nein! Oh, nein! Wollen wir nur mehr... Oh, wow, 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 wow... Sieht da irgendetwas, was normales planen sollte, oder? Was ist das da? Nein, das ist nur ein Radio, oder was? Scheiße. Was verkaufst du? Du verkaufst auch noch ein Handy. Fuck. Oh, mal hier, du hast so ein Essenstand oder so. Und ja, ich bin schon wieder auf der weichsten Seite. Oh, okay. Nee, nee. Eine ruhige Fahrt. Was sicher nicht ruhig wird. Was ist da irgendetwas? Nee, so. Wacken wir das mal. Hoppala, voll die Gang. Voll die Gang! Voll die Gang! Hey, wait! Can you help me out? Wacken sind nicht so gut, ja. Wir nehmen da nicht ganz, ganz kalt um die Nippel, wenn es so regnet. Hey! Was do you need? A ride! Wait in a second! Was ist ein Taxi? Willst mich forschen? Okay. Was? Ja, genau. Was? Das Asshole schlief mit meiner Freundin. Ach du Scheiß. Ah, die schlief auf uns. Ich weiß. Ich muss eine Gehe-Wäh-Ready haben. Ich mag es wirklich. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Ja. Okay. Von der Psycho. Ein schönes Autos haben wirkt. Oh, jetzt reichen wir mit den Bullen da hinter mir. Komm schon, Holt, auf. Abhull weg! Komm schon, Holt, halt. Komm her da! Scheiße, da kommen wir doch bei mir auch. Oh, wir haben es angehängt! Ja, verpisst dich ganz schnell. Vorher, nieder! Oh Gott! Ach du Scheiße! Oh, was ist denn da? Oh, verdammte Kacke! Da oben haben wir ja so einen Punkt, oder? Oh, schön ausgestiegen! Ach so, oben, ja? Ab! Also, ein bisschen schneller! Oh, was ist denn der? Oh, was ist denn der? Oh, was ist denn der? Oh, du bist der! Oh, ich bin der! Oh, ich bin der! Hey, Mr! Ah, der hat da runtergestoßen! Hammer, gell! Oh, liegt der Dressort! Oh, ich muss den Typen verfolgen! Oh, Scheiße! Oh, was ist denn der? Ich bin der! Ich muss mich nicht verpissen! Ich muss mich verarschen! Du hast mich niedergeschlagen! Ich bin der kleiner Penner! Oh, Kacke! Was ist jetzt? Oh, kommt's her da. Oh, du kommst ja da. Oh, 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 oh. Alles besser schon durch. Oh, haben wir, gell? Das ist der, ja genau. Großeskong Vorkämpfer kommt über kleine Stoffe nicht drüber. Wo ist denn jetzt der Tresor? Da war er vorne, der Tresor. Wo ist der? Er war weiter vorne, oder? Da ist er! Ja, hallo. Na, jetzt. Komm, schau. 4, 2,45 entdeckt. Toll. Das heißt, es gibt nur Arschviele. Ja, sehr gut. Ähm. Was ist denn hier kein Tor? Es ist wieder wie eine Apotheke oder sowas? Oh, scheiße! Boah. Schwenkarte. Was ist das da? Das? Dragon Kick. Okay. Oh, ist das so ein Energiedrink, oder was? Hammerfett. Ähm. So was nächstes zu machen, haben wir ja dann nochmal das. Oh, scheiße. Na gut. Ich werde jetzt die Aufnahme unterbrechen und wir sehen uns dann nächstes Mal. Tschüss. Macht's gut, Leute. Und viel Spaß vom Arschern.